Wenn ich vielleicht ein bisschen trainieren würde, ja. Ja, ich bin mal kurz. Fuck, jetzt kann ich gar nicht mehr aufgaben. Gut, dann erstmal guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Let's Play League of Legends. Ihr habt es schon gehört, ich bin nicht alleine. Ihr könnt euch ja mal vorstellen, weil ich eure Namen eh nicht alle kenne. Diese Tafel hat nichts mehr. Ja, das ist meine Mannschaft. Ja, ja, moin. Ich bin der Dünni. Ich bin der schlaue Klaus. Ich bin der so nädier. Oh, ich sehe gerade, ich habe gut Frame-Einbrüche, wenn ich aufnehme TS und Verlaufer. So, ich bin mal weg, boys. Tschüss, viel Spaß. Warte, sind wir kein Fünfer-Premate? Doch. Ne, jetzt sind wir Vierer. Ne, ihr seid immer Fünfer, ich war nie dabei. Oh, da invades, da invades. Ich werde hier einfach rausgemauld. Dein Support. Ich glaube, ich bin nicht verkackt. Come on. What the fuck? Was, was machst du? Execute! Mein Gott, ich hasse euch alle. Gut, er ist da. Geht schon. Das ist so krass, du darfst... ...rachst... Ja, mitte hat, ne? Verkackt, würde ich sagen. Power gets fett. Fett, nicht feed. Mann. Ah, ja. Ach shit, jetzt darf ich ja gar nicht rachen, ne? Klar. In einem krassen YouTube-Video darf ich nicht rachen? Das ist so krass, du darfst nicht rachen. Digger! Was? Ich geh jetzt auf die Top-Lane, ey. Ja, die Nunu-Bot-Lache! Das riecht so auf! Hahaha! Ist er fertig? Nö. Was? Nein, ich bin doch lange nicht fertig. Also, fertig bin ich vielleicht schon, irgendwie. Deine Mama ist fertig? Ah, schaffst du, ne? Ich muss ja sagen, der Tahm Kench sieht dem Kromp sehr ähnlich. Hahaha! Der sieht auch Fiss Papa ein bisschen ähnlich. Hahaha! Ich hasse es, gegen den gleichen Champion zu spielen, den ich auch spiele. Ja, das ist nun mal so, wenn man... Ja, klar. ...wenn man den neuesten Champion spielt, dann ist das üblich! Oder den... Mh... Tahm Kench ist jetzt nicht OP! Nee, aber der nervt. Ja, das stimmt. Mit der Q vor allem. Nicht so nice. Vollkommen. Ich du! Für Stacks da! Oder beim Backdown. Aber das kommt ja nie! Die Q ist einfach nur zum Nerven da, genau. Jo. Schön zum Hitten. Und für die Hipster, die mit dem blauen Support-Item starten und ihre Stacks... Ich hab eigentlich vor mehr zu ganken, dann mach ich da eh, ne? Ja. E-Max. W-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa. Ich hab jetzt keine Zeit, auf einmal zu ganken. Weiß nicht, ob ich jetzt Full-AP Nunu spiele oder nicht? Nee, ich spiele das nur auf der Mid-Lane eigentlich. Ja, ich komm... Ich komm Mitte und geb dem ne E, also nicht Engage, ne? Ja, das sind zu viele Minions. Ja, ich... Wie gesagt, ich geb dem nur ne E. Okay. Okay, nevermind. Ich nehm den Minion weg. Okay. Jetzt hab ich dir sogar noch einen denied. Ja, schön. Okay, ich hab den Urlauflas hier. At least... Jungler helpt. Tried. Nein. Null top, null top. Stopp. Hahaha, ffff. Wup, 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 wup. Da ist der letzte. Nein. Ich weiß nicht, ob es da ist. Äh, muss ich, ich muss dem den wegnehmen. Nein. Ich mache jetzt im Laren, der in mein Gebiet kommt, ein Angebot. Sehe ich das jetzt richtig? Ich habe eine Vayne, die mir später einfach meinen Jungle Clown wird. Ja, mich auch nicht vergessen. Ja, dich vergesse ich immer. Was haben die Attacken von dem denn für Mana kosten? Von Asyl? Ne, hier vom Tamt Kench. Achso. Ja, das ist das Problem. Das ist krass am Umfang, ja. Du kannst die nicht in den Mana-Sustain haben. Du kannst die meine Mütle jetzt dann halten, oder? Du kriegst es ja, dass du die ganze Zeit so gankst, dass du winnst und in den... Ach, halten? Ja, easy. Voll in gehen, kriegst du dann... Good Job, Cannon. Null-Tilus-Miss. Null-Tilus-Awarded. Übrigens, ich würde dir mal empfehlen, wenn du nochmal auf deinem Smurf spielst, ne? Ähm... Dann spiel mal ab in der Mitte. Fuck. Das ist richtig witzig. Fuck. 46 dürfte der Riverwater verkaufen. Hast du jetzt wirklich gerade Tier gekauft? Ja, fuck. Ich bin... Du kannst es nicht verkaufen. Ich bin... Ja, ich hab nicht mehr zurück... ...zurück... ...stellen... ...könnt. Na. Dann hier. Achso. Das ist natürlich ärgerlich. Äh... Und verkaufen ist jetzt eigentlich so toll. Egal. Verkauf ist nie worth. Am Anfang. Verlierst du viel zu viel Gold. Ja. Ja. Secure. Ich hab nie gesmited und ich gesmite 510. Ah, was mache ich denn? Lass mir mal den Kanon nehmen. Achso. Alter, warum krieg ich den denn nicht? Geht doch. Boah, ich muss so dringend mal kurz auf Karte. Ich glaube, ich... ...gebe ich kurz auf Botland irgendwie töten lassen. Genau. Darf ich wenigstens kurz auf... ...kön reinfeeden. So was brauchen wir hier. Sonst lässt es ja viel zu einfach. Hä, klar. Ist ja langweilig so. Die Videos sowieso immer. Ja, klar. Hä? Wie immer. In meinem Stream mache ich das auch immer. Hä, das ist das Witzigste da dran. Ich muss. Hör mal, mir fällt gerade auf. Ich hab Kai's... ... Summoner-Icon, wenn ich den Grump fette. Nullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull ich glaube ich komme mal eben entweder mitte oder nicht ist auch den schaden wenn ich die schlucke lehler entdeckte ich den schaden okay war der erstmal hole ich mir kurz nur in mitte aber wenn du zum beispiel etwas schluckst dann kommt trotzdem noch den feier schaden ja das ist klar aber jetzt also ich hab dich ja geschluckt du hast keinen schaden bekommen aber dafür ich den schaden also von der von der bombe von der tristana klar die tippt ja weiter du negierst ja nichts was auf dem ist aber er hat ja den schaden nicht bekommen den kriegt ja nur ich da ja klar er wird von einem schaden befreit aber wenn das zum beispiel die tristana bombe ist dann kriegst du den ja das ist ja nur ein paar bescheuerte sachen aber damit sowas wie vane stacks oder das fehlt dir noch auf dem boden aber die stacken dann von da an weiter bleiben dann auf der stack du bist einfach bleiben zwei unter ihm beim ersten hit auf dem zweiten bleiben immer noch zwei ringer unter ihm hat jemand gerade eigentlich den schaden auf canon gesehen das ist eine gute frage ich glaube es erscheint einfach nach einer zeit irgendwie kann man selber raussprungen oder nach einer weile kann er sich raussprungen genau aber ich also ich kann nicht sofort wieder raussprungen das war ja das machst du mit rechtsklick glaube ich sogar ja ja ich weiß es ist respekt noch mal aktivieren habe ich gemerkt ja ich mache gleich ich lasse mich erst mal weil du willst du den red bar farben aufwärten ist auch mal begleitet gebe ich dir jetzt nicht gekannt du kannst den nächsten haben aber den hier brauche ich erstmal zum leveln und gold jetzt sowieso erst mal ist aus leid geboren also klar du willst aber die gebe ich dir halt noch nicht die ganze welt ist ein flach sollte es eher ausdrücken ach ist schon wieder so ein afkar scrub der geht wirklich ja ich bin nur mit der ulti reingekommen damit ihr jetzt nicht zu sehr schaden und geheimnis wahrer ort ist ja cool tristana wo die tristana töd ich jetzt warum habe ich noch mal jetzt auch e smite gekauft das das essen ist bereitet aber ich hab's nicht okay ich gehe kurz auf kam warum warum haben wir noch kein drake lasst uns gefräßig sein und der völler ein föhnen eben kommt schon tristana komm hier raus naja schon kann soo entschuldigung das ist ja bitte aber ich habe mich auf das war dringend das war dringend Dass ich kurz abkageln musste. Das denn für eine Antwort auf die Aussage du warst dringend. Ach so, du warst dringend. Ich hatte verstanden, was war dringend. Habt ihr euch schon mal gegen einen Autorismus vorgelegt? Nein. Nein. Ich will mal schnell den kennen. Das ist ein Kult. Oh, was ein Scrub, ey. Der geht voll auf Amor, ey. Den Audi läuft. Voll Bane. Ja klar. Mit einer Bane als Gegner. Wer dumm, wer nicht. Naja. Es macht relativ... Ja, ist hier unten bei uns. Die wollen Drake machen. Such, so gut es geht vor ihm zu bleiben. So Dredge-Line mäßig. Weil ihr keine Dredge-Line... Die machen Drake. Wir haben Triple 2. Oh, nevermind. Warte, warte, warte. Wow. What the fuck? Kannst du den noch holen? Easy! So war, so war das geplant! Weiter Devourer-Stack. All planned. OP Jungle. OP. Honor me, please. Honor. Nein, du darfst doch nicht die Golems machen. Oh, fuck. Golems und Oberkrabler gehören mir. Aber... Heiht's Mauch. Gleich mal die Gebiete abstacken. Komm, Ezreal, Ezreal. Hier, holt sie. Oh, schade. Op-Bassel. Ich geb Ezreal, da jetzt mal keinen Blue, weil ich ein Fuck-Clarb bin. Rauf, rauf, rauf. Kai, ich kenn deine Einstellung. Du hast mich vorhin geornert. Na, ich hab eine Ultimum. Hast du gesehen? Oh, incoming. Ich geh dann nochmal auf dich. Ich bin unvorsichtig und lässt dich dann von einer Vayne auf keinen Körper drücken. Der hat heute kein Flash mehr. Einfach drauf. Der hat da überall Worts. Der hat zu viel Kälte, Junge. Wie jetzt? Du machst auch noch die geile... Wow. Ja, du hast die Golems gemacht, ey. Ja. Aber es ist doch mein Jungle. Das ist halt ungewohnt, Vayne auf einer Lange. Na, also hier, jetzt kommen die Bates. Pass auf. Jeder Zerzweiflung sorgt für die richtige Würze. Ja, auf, los. Tristana. Irgendwo. Noch einmal nicht. Oder? Das ist ein Angelus überhaupt in den letzten 30 Minuten. Gott. Oh, na. Dann ist ja nicht so schlimm. Leute, lasst mich einfressen, lasst mich einfressen. Oh. Huh. Das hätte echt wehtun können. Boah, der Kiting. Ich hab keine Mana. Scheiße. Wulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul get rekt get rekt get rekt get rekt get rekt get rekt oh warte jetzt bin ich am überlegen gehe ich jetzt für nur rüdeis glaube ich ja ja aber rüdeis ist einfach so macht er auf die lust weißt du dann ach nee scheiße das deck ja jetzt nicht okay dann gehe ich für ludens meine reis ich glaube ich gefüllt hat immer noch die stadt ja jetzt mal davon abgesehen früher hätte man sich nicht gut vor dem ersten wenn man schon so hat ja die stats einfach nicht so gut waren aber seit es dann 100 ap bringt ja ich weiß nicht ob ich es jetzt entweder holle ich den stil ich gehe für sidestore und frei hat ein bisschen nicht nach zu kommen dann gehe ich jetzt noch ja aber du kannst damit hoffentlich auch irgendwie was auf deiner lane oder so machen genau das was ich meinte mit die seien ich könnte auch theoretisch top lane gehen und du gehst ja du dich würdest freuen diese stadt werden noch es meint ja dann dann sollten wir einfach so durch mich ein bisschen auch wenn man das um und der nahrer würde ja verstehen dass die botler in mitte ist wenn der mittel enthauer nicht schon weg wäre das ist nö irgendwie ok nein hat mir einen klang geklaut ob bm um und die hinter die überraschung st er hat korrekt die dämonischen buchstüter die wir und dann beginnt und ich dachte top lane auch schwer und zurück jetzt geht er jeder geht weg den kriegen wir wir werden auch geschluckt frisst mich Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wo ist mein Scheiß? Boah! Come catch me! Er hat mich mit dem anderen geschluckt! What the fuck! Er schluckt halt gern! Ohhhh! Hat er nicht gesagt! Der Grundschaden von minus E ist jetzt auch nicht mehr so hoch! Dein AP! Oh what! Wie die Tennis mit mir spielen! Ich weichere mich, kulinarische Abstriche zu machen! Ich verstehe! Nunu ist nicht so geil, wenn man den nicht full-up spielt! Das kann man auch für dich sagen! Wollt ihr einen Track machen? Also ich bin ein Champion, aber ich bin kein Champion in League of Legends! Oh! Warte! Ich hab in sieben Sekunden Smite! Glaub mal, dass ich heute noch irgendwie komme! Aber... Ich glaube, ich erscheine eher am Tracken! Da ist wohl ein Pink-Word! Hilfe! Oh nein! Ach, der lässt sich doch gerne schlucken! Oh! Teleporter in die Kamera! Hi! Hi! Ich will denen der Tag-Speed-Buff gegeben! Was?! Diese Poke! So, jetzt dracken wir! Ich brauche leider all die Stacks in der Welt! Man! Ich glaube, du bist schon besser dran als deren... Du bist fast so gut wie deren... ...wie deren... ...wie deren Jungler! ...weil sie in der Welt... ...wurr... ...kirren... 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 Also Kai, ich hätte dich fressen können, aber dass du was gebracht hättest? Also ich hätt's gefallen, ich hätt's gefallen, wenn du mich so Dota mäßig gekillt hättest einfach. Gott, das Nautilus Equip ist so schlecht. Welches Equip ist so schlecht? Nautilus, die hat 300 Amor und keine Leben. Das ist so gut wie 200 Amor und keine Leben. Außer das sind 2% weniger Schaden. Rein oder raus? Alter, sind das 2% zwischen 200 und 300 Amor? Keine Ahnung, ist es nicht. Fuck, 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 fuck. Du Faithpump nimmst du mich in dein Scheißmaul und... Deswegen hab ich ja gefragt, rein oder raus? Got em, boys! Jungs, ihr habt gemerkt, dass wir empfehlen. Ja, der Spotlight wird ein bisschen gepusht. Ach, alles safe. Hab den Turm. Hab den Turm. Hab den Turm. Alles nicht. Got em, Coach, got em. Ja, man muss auch Niederlagen mal verkraften. Und nicht. Man kann einfach gewinnen. Guter Gewürz. Bei Kai gibt es keine Niederlage. Das sind nur Wins. Nichts kann sich dem Hunger erwähnen. Aber ich hab Impact. War kein gutes Impact oder positives, aber ich hab Impact. Ja. Macht Sinn, oder? Leider ja. Braucht leider die Stacks hier. Hätte Elstreet auch wegspalten können. Hatte eben schon. Wo ist ein Ward? Wo ist's? War eins? Kommt einfach drauf. Ja. I'm on my way. Warte. Shit. Okay. Okay, das ist für euch. Jungs. Oh 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 oh. Wir haben mit Tam Kent schon wieder. Kananen nach. Wir werden einfach zu Kataner gegen. Jupp. Wow. 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 Hat der Kent irgendwie so viel Magic-Reeds? Nein, das nicht. Wow. Es hat nur noch damage. Super. Wir hatten ein bisschen. Wissle. Da sind schon mal 50 Magic-Reeds. Wissle zählt nicht als Tank. Wissle zählt nicht als Tank. Der hat Wissle und Sonya. Was ist das denn? Sonya. Klar, Wissle ist stark. Was? Der backt bei mir richtig hoch. Achso, lol. Der backt wirklich hoch. Oh, lol. Und da kam der Anker. Oh nein, das war kacke. Du solltest da weggehen. Hallo. Jetzt kannst du da reingehen. Jetzt kannst du da reingehen. Jetzt kannst du da reingehen. Oh nein, das war kacke. Alles, was ich so gut gemacht habe. Gab du Essend- What? Oh, hier. Hier, die 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 einfach damagen können. Oh. Gross. Ner'em. Tschüss. Oh. Oh, shit. Oh. Oh mein Gott! Was? Oh, okay, nur ein Team. Amara, hier boll. Äh... Nice. Weißt du, wenn wir immer einen Fehler machen, flamet Kai sofort los, aber wenn er selber einen macht, halt keiner. Nein, nein, nein. Konstruktive Kritik. So nennt man das heutzutage. So nennen das die Kids heutzutage. Aber wenn ich flame, dann ist das in der Regel, weil Leute sie wegern Spells zu benutzen. Ja, Spells sind die überbewegte. Oder wenn ich... Oder wenn ich als Gareth... Den Gareth, äh, den Nashor lieber, äh, Q als den Yasuo. Das war auch nicht so geil. Ja, ja. Apropos, ich hab heute Yasuo gespielt im 3 gegen 3 rank. Ich hab den Schubbicke gemacht, Solo. Oh, no shit. Das ist noch nie vorher passiert. Nee. Hast du noch nicht gerissen. Vielleicht daran, dass du kein 3 gegen 3 spielst. Aber, ja, wir waren zuerst 5 und dann sind 2 abgesprungen und dann haben wir zu 3 weiter gemacht. Was seid ihr so? Hä? Was seid ihr so? Ähm, also der Hannes war dabei. Dann war der... D-Trocks dabei. Hässig für welche League? Hä? Hannes. Was? Nicht hättig... Was? Was? Ach so. Wir spielen... Wir sind noch nicht gerankt in dem Rank Team. Sorry. Oh fuck. Oh fuck. Oh ja. Aber ich denke mal, wir werden bald so Silber angeschüttet. Ähm, was? Ich denke mal, wir werden Silber angeschüttet. Nein, das... das meinte ich nicht. Ach so. Okay. Ja, lass mich... das Milo machen, weil ich... Komm, töte mich, bitte... What? Hahahaha. Ich dachte eigentlich, ich könnte debaten und da kommt vielleicht irgendwie so ein Mesterbater an. Kappa. Ähm, oh, meine Steuerung ist nicht mehr zu... Erstmal... Erstmal in den Nautilus reinlaufen. Jungs, jetzt mal, weil diesmal ohne Spaß jetzt. Ich hab einfach nicht in Geduld Spaß. Wie wär's, wenn wir jetzt? Ich hab wahrscheinlich wieder auf die Basewand gedrückt und es zählt danach... Ja. Alter, wollte ich heftig die Links... Nach meinem E-Shot. Und die ist jetzt... Ja! In Nautilus. Ich fand den ersten... Lorenz, du suckst ganz schön, ne? Oh, können wir das spüren, können wir das verändern? Ich hab keinen Bock mehr auf Nunu. Könnten auch einfach mal weniger blöd sein. Das wär natürlich möglich. Aber... Weniger in Nautilus als in den Reinkauf. Der Gnar hat vor... Der Gnar... Der Gnar hat... Der Gnar hat gerade sein Jungle-Item gefinished, während du 20 Stecks hast. Ja, ich verbringe auch meine Zeit in dem Nautilus. Ich weiß. Das heißt, in 5 Minuten müsstest du dein Item auch fertig haben. Aber ich meinte nur, dass der Gnar Jungle spielt und er erst bei Minute 27 das Kacke-Item fertig hat. Da ist ne Trist. Da ist schon der Tod ne Trist. Was? Ob kann je. Und ohne eh. Und ich denen freu'n. So nicht. Oh Gott, das wird... Ey, jetzt fertig. Du auch. Aber meine sind völlig. Ja, wir sind völlig. So wie du. Genau. Geil. Ja. Was ist das? Aber dein Fehler. Du warst einfach viel zu weit außerhalb der Base. Das war dein. Das ist allein nur deine Meinung. Das ist allein nur meine Meinung. Wave Clear. Hopi. Was macht der? Hallo? Nunu? Was? Irgendwer? Pfff. Putz! Waaah. Putz! Bitte. Wop. Bitte. Bitte. Got em! Putz! Putz! 52 HP! Nein! Kann nicht mal jemand... Ah, danke. Kai? Das ist mein Mann. Was? Hahaha. Okay, das ist mein Mann. Da renne ich jetzt nicht hinterher. What? Er kann ja meine Auto-Attack-Range essen. Ist das für ihn behindert oder behindert? Das ist behindert, ja. Tatsache. Das ist ja behindert. In der Tat. Krass! Ich muss ein Stück auf ihm zu laufen, weil ich nicht in Range war und dann ist der mich einfach sobald ich den Auto-Attack beginne. Danke! Oh, ich finde das nicht genau. Nee, ich bin schon wieder so unkonstruiert. Guck mal, wir kriegen mehr Shard als er. Ja. Unter mir. Ja. Der hat vorne. Musst du. Vielleicht da hat er ja auch mal hier. Hier. Ich bin einfach geil. Hihihi. Ah, ich muss auf uns halten. Hahaha. Ich fühle mich so gut zu halten. Wegen dir. Deine Mutter. So, den haben wir. Dein Ernst! Gottem! Gottem! Finally! Ich bin gerade welches vor meiner Ulti gerettet. Ja. Lorenz, sei ruhig. Oh! Ja. Ich bin sowas von nicht gut. Nein, das ist zu slow. Ich weiß nicht warum ich jetzt am Kennen stehen muss. Ich hab's gegeben. Hier. Einen mit dir. Deshalb liebe ich Yadam. Die Entschuldigung. Weg, weg. Ja. Vor allem geschafft er es ungefähr von einer Base in die nächste. Ah, letzter Auto. Weg ist ein Verlangen. Hier ist das andere auch. Haben wir echt keiner mit um die Leute dran standen? Haben wir? Wir sind auch nach Wegs. Von den Klappen. Ein einzig wahre Sünde besteht darin, eine Regier dem nicht nachzukommen. Woher trafen gibt es eigentlich Static? Ja. Woher trafen gibt es eigentlich Static? Woher trafen gibt es eigentlich Static? Ja. Aber wir haben ihn jetzt nicht. Ja. Wobei. Unser Wolf Klee ist schon nicht so geil. Wo hattet man bei Huin? Bei Huin. Bei Huin. Bei Huin. Huin. Oh, warte. Ich muss erstmal hier sein Chat. Mal checken. Nein, das ist wichtig. Wir haben ja bestimmt gerade ein Foto von der Schildwürde. Hier ist ein Blow-Waffe. Oder von irgendeiner Party. Sollen wir sehen. Hahahaha. Hahahaha. Unerseckbar ist Ous. Er wurde auf Snapchat... Wobei hier sag ich lieber nicht in der Video. Wo? Wo ist der denn da? Er stand in Gebüsch. Ich war gerade dabei, gemütlich zu fahren bei meinem Whatsapp-Profilbild. Herr Neuer. handys sind scheiße jungs gibt zu wäre nicht gestorben hätte ich ihn gesehen ich wäre nicht nicht gestorben hatte ich ihn gesehen aber warum war der da weil sie will der regel das lächerlich gut egal ob ich sterbe ist Ich hab ihm eh gegeben Ich hätte auch theoretisch einfach weglaufen können Aber darauf hatte ich keine Lust Bei der Sende, ja? So Da ist was Schade Hast du ihn gerade eigentlich gegessen während er mich gegessen hat? Ja Bin ich rausgekommen? Ne, du bist zu der Zeit rausgekommen wie du aus ihm auch rausgekommen wärst Aber du kriegst dann trotzdem den Schaden scheinbar Ey Jaco machst du eigentlich mit Facecam Why you did this Das wäre mein Scheißdings jetzt gewählt Oh Ich hab einfach nicht genug getagst 2,26 ist ungefliegt Fick dann gleich mal euren Lorenz FICK DICH Ah ok Was? Worum ging's? Er sollte den Link von seinem Youtube Kanal schicken Lorenz bist ein richtiger Lorenzo Hahahaha Raken So warte 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 Ich find das lustig Ich find folgendes lustig Könntest du jetzt bitte kein Bullshit machen? Ne ne User was kicked out of your channel Hahahaha Ist kein Bullshit Ich werde schon bald in dieses Etablissement zurückgehen Und er kommt halt nicht wieder rein ne Aber dann ist sicher ein Channel Set Danke du bist ein guter Nice Ich spiel auch gerade so gut wie ich bin Du solltest da weglaufen Nein Nein Will ich aber nicht Ok ok Oh oh die kommen wir alle Hehehehe One day I had a dream Nice Oh 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 und ich bin gefällt Was du siehst es nicht ein Ok dann bin ich wieder raus Du Ah du hast meine Ich hasse dieses Spiel Ich hasse dieses Spiel Ich hasse dieses Spiel Ich war weg Das Leben kriege nach mir Ich war am sterben Ich habe es nicht nur für einen Thema Ich habe es nicht nur für einen Thema Ich habe es gezeigt Da sind direkt zwei Leute über die Wand geflasht Und der andere hat mich über die Wand exhausted Könnt ihr euch jetzt alle mal verpissen von mir Ich habe keinen Bock Damage zu kriegen Der Autotech übrigens hätte vielleicht gerade den Aaaaah Weil du hattest noch Bullshit verpackt Oh die sind alle lowlife Hull ich mir Hull ich mir Außer Tom Kent Er hat ein Vollleben und er lebt noch zweimal Nice FICK dich NÖÖTICHE UNLO NÖÖTICHE UNLO NÖÖTICHE UNLO AIN DIE WAR NÖTIG Wurst dich nicht darüber beschweren Dass jemand diesen absolut legitimen kill genommen hat Angeflasht habe ich die Sau Ja Folkommen unnötig Der war um 80% geslowed Nein, du bist nicht Nunu, hab ich vergessen, sorry. Der war um 60% gesloat. Ich hab den Rücken wirklich schlecht. Ja! Um 60%. Oh Gott, war noch einer. Was ist das schlecht? Ich? Ich? Das ist kein Fall. Nein, der Charakter. Achso. Ja, Nunu ist halt wirklich schlecht. Wobei, der wurde ne ganze Zeit lang in der LCS ganz schön gehypt. Weil er halt eher so ein Mutility-basierter Langlass, wobei er ja auch ein Tanki ist. Das ist es halt. 25 Sekunden. Ja, die beenden jetzt. Nein. Was? Die finischen das doch nicht, wenn wir zu zweit gegen die Deffen? Nein. Stimmt, hab ich vergessen. Ganz entspannt. Wir brauchen jetzt ein Veinplay. Öh, Veinplay bei dem? Echt? Oh, guck mal, er trinkt. Oh ja. Ich tank eine Armee. Schöne, mal den. Oh, hier. Lorans kriegt'n bisschen. Die haben Baron. What the Fuck? Woaaaaah. Impressive Diamond Player Play. Super Creeps heißen Super Max, wusste das jemand noch? Was? Super was? Super Creeps heißen gar nicht Super Minion, sondern die heißen Super Max. Ja, wusste ich. Was der Team? What? Oh nö! Auf jeden Fall wurde ich gerade laut dem Kämpfe zugebracht und mit dem Super Mag zu killen. Oh, what? Okay, no way, can I? What the fuck? Hier jetzt eine Linie mit Hink, über die wir uns fast schon ein bisschen sicher bewegen können. Hint hier und endet da. Das geht in diese Richtung, das geht nicht in diese Richtung. Oh. Cam Kench hat kein Weh für 30 Sekunden. Auf, schnell, bis 30. Am Ende geht jeder den Bach runter. So. Ich hab Nunu schon mal vorher gespielt und da, Leute, da lief das Ganze viel, viel besser. Da hab ich den nämlich voll A-P gespielt. Am Kench war ich auch schon gefeatet. Da standen wir alle. Ich glaub ich hab schon ne Durchschnittsgarten da von 40. Ah. Krass, der Nunu ölt. Oh. Boah, ich wurde gegratzt. Never mind. Ja, war worth. Hab Schaden gemacht. Das hat die Damage-Stat, deswegen sowas von mehr haben wir uns überlassen. Was ich auch so. Graves carry me home. Jetzt geht noch, jetzt machen wir. Easy. Oder? Ich hab's grad ausgespielt. Oh, Baby, a Triple Cat. Äh. Ich hab's auch, oder? Äh, nur noch 16 Sekunden. Der, der S will nicht stören. Oh. War fast gar nicht obviers. Das war ja laut. Gut, dann, vielen Dank fürs Zusehen und tschau tschau. YOLO. Ja, die Sponen. Ich hab's gerade schon. Dann, ich hab's auch gerade mit einer langen Seite. Und dann, du wirst du da, ich hab's gerade mal angehiert.